Wababababa Locker bleiben, locker bleiben, locker bleiben. Ich schnall mir schon an,"Alter". Außerdem kennst du den Spruch. Jeder zahlt für sich selber. So ist das wohl, aber du, Werner, was hast du mit mir und Danny vor? Wababababa Wie? Du hast hier ne Navi für deinen Trabi gekauft? Du, Werner, du bist ja aber schon absolutensbewusst, dass das dein Auto extrem aufwertet. Wababababa Nee, nee, da hat moat recht, Alter Lass das Navi nie hier liegen. Hey Mann, was meinst du, wenn die Polen das mitbekommen, dann ist dein Trabi schneller weg, als du A sagen kannst. Ganz genau, Alter. Und, naja, gut, ich kann mir das angeschneiden und fahr mal los. Lenny, festhalten. Der Irre fährt los. Bitte nach 50 Metern rechts halten und danach links. Werner, hab dich nicht so. Die sagt dann nur, dass du nach links sollst. Nach 500 Metern im Kreisverkehr einfahren. Ja, bis wir da sind, hast du noch wenig Zeit. Nach 150 Metern im Kreisverkehr einfahren. Ey, das ist echt krass, das Ding. Guck mal, Lenny, da siehst du genau, wo wir sind und wo wir langfahren. Total irre. Ja, das läuft über GPS. Moment mal, GPS? Das ist doch dieser Paketdienst da, oder? Nee, du Traube, das ist UPS. Und, was ist dann UPS? Manchmal frage mich echt, wer von uns beiden studiert hat. Du oder Ecke. Ist doch klar, ey. Mensch, Lenny, manchmal hast du echt Fragen drauf. Links abbiegen und dann in den Kreisverkehr einfahren. Wie? Du lässt dir von der Frau nix sagen. Mensch, Werner, die weiß, wo es lang geht, ey. Och, Mann. Und nun biegt er links ab, ey. Sonst sind wir noch nächste Woche hier drin im Kreisverkehr. Umkreiseln hier Runde für Runde für Runde. Nach 120 Metern die Autobahnausfahrt 52 Richtung Berlin-Spandau nehmen. Werner, es reicht langsam echt. Du schimpfst seit zwei Stunden hier mit dem Navi rum und streitest dich mit einem Computer. Das kann doch nicht wahr sein, Werner. Ich glaube es ja nicht. Du bist echt heftig drauf. Na ja, ganz einfach. Schau doch mal. Vorhin in Berlin, in der Meisnerstraße, sagte Navi, abbiegen. Und du biegst nicht ab, nur weil du dachtest, dass eine Einwandstraße eine absolut geniale Abkürzung ist. Nur mit dem Unterschied, dass wir falsch reingefahren sind. Genau, voll krank. Und nun sind wir auf der Autobahn, irgendwo in Brandenburg. Also nicht mehr in Berlin. Werner, und ich will heim. Mann, vertrau da mal dem Navi. Dann stell das Navi doch einfach mal auf Männerstimme um. Mensch, wenn du denn nicht was von einer Frau sagen lässt. Oh Gott, Mann, hey, was kann das Navi dafür, dass du vor Jesus geboren wurdest und somit jetzt steinalt bist. Und wie gesagt, erstens ist das Navi keine Frau, zweitens ist jede Frau bis 60 im Vergleich zu dir ein junges Ding. Mann, Mann. Und drittens, vertrau doch endlich mal dem GPS. Ganz genau, ey, vertrau dem GPS. Der bringt mir auch immer pünktlich meine Pakete. Oh Mann, womit hab ich das verdient? Zwei Kloppis und ich der einzige Normale. Mohat, GPS ist kein Postbote. Das war der UPS. Nach 200 Metern nehmen sie die Autobahnabfahrt 53. Okay, Werner, es reicht. Wegen dir verpassen wir nun schon die fünfte Abfahrt. Du fährst sofort auf den Straßenrand. Und Mohat? Ja, was? Halt die Klappe. So, Werner, raus hier. Du steigst jetzt hier aus. Das gibt's doch nicht. Erst zickst du mit der Navi-Stimme rum. Meinst, du lässt dir von den jungen Dingern nix sagen? Nun zickst du mit mir rum. Raus, Werner, sofort raus hier. Aber du Lennst... Ach du Scheiße, ey. Hey, du guck mal, Lenni. Der Werner, der kann fliegen. Also, das sieht so leicht aus. Ey, und das scheint auch absolut nicht wild zu tun. Ach so, deswegen wollte Werner nicht aussteigen. Da kam ein LKW, der seiner uns am Sperrstreifen vorbeigefahren ist. So ist es, Alter, ey. Meinst du, wir sollten den Werner da irgendwie abkratzen? Ey, ich bin nicht versichert. Außerdem, hey, schau doch mal, dem geht's gut. Der winkt uns von der Leitplanke zu. So, äh, ich, äh, naja, ich werd mal losfahren. Bitte wenden. Bitte wenden. Ach, sei leise. Du niveauloses Navi. Du, Lenni, kannst du mir übrigens ein Date klar machen? Ey, ich, ich denk, die arbeitet bei GPS. Weißt du, die bringt dann, wenn wir uns so ein bisschen gut anstellen, die Pakete schneller zu mir? Nur Bekloppte, nur Bekloppte. Bitte nach 50 Metern rechts halten und danach links. Ich fahr jetzt in die Schenkel und kipp mich zu. Da bin ich dabei. Ey, da fahr ich mit. Hey, und eventuell treffen wir ja dann auch die Frau von der GPS da, ne? Moat, es gibt Tage, da wünschte ich mir, wir wären keine Freunde. Ach ja, warum dat? Frag lieber nicht mehr. Sei einfach nur still. Zur Schenkel bitte links abbiegen. Navi? Ja? Sei leise. Einfach nur leise.